Moin moin, ich bin's der Schansen und wir spielen weiter The Last of Us. Wir sind mit Joe unterwegs, um Ellie zu retten. Ihren Rucksack haben wir schon gefunden und es sind viele, viele, viele böse Menschen unterwegs. Und wir müssen die alle... Ich weiß nicht, ob die böse sind. Ich glaube, die machen genauso gleich wie wir. Oh Gott. Okay, aber hier hängen Menschen. Das ist uncool. Ist die Frage, warum die hängen? Sind die infiziert gewesen? Oder sind das einfach Kannibalen hier? Das könnte ja auch sein. Kannibalismus. Warum nicht? Wenn man kein normales Fleisch mehr findet. Fleisch und Vorratszege. Das blässt der Fleisch weit und breit. Ist klar. Ist klar. So. Ich hab bloß... Was da dahinter ist? Ich hab bloß... Wie viel Munition habe ich noch? Ich kann hier gar keine Munition aufsammeln gerade. Oh, scheiße. Ellie. Ach, da brennt das. Okay. Jetzt sehen wir wahrscheinlich Ellie, wie der drin liegt. Oh. Aufsteh, Ellie. Ellie. Und ich glaube, er, wer der ist war. Das wäre natürlich blöd. Komm schon, Ellie. Ach, das Messer. Hol es dir. Ach, er wird auch wach. Oh, oh. Ah, Schavin hier. Schon in den letzten Moment taucht er auf und fuck dich. Da war's. Ich wusste, du hast Herzen. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. War das besser gar nicht gesehen? Du kannst doch betteln. Leck mich! Du, so kennst du mich? Hä? Oh, du glaubst gar nicht, wozu ich fähig bin. Oh, du glaubst gar nicht, wozu ich fähig bin. Okay, er wollte mich... Okay, ich warte. Okay, klar. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Tja, muss man ab und zu mal sacken lassen, ne? So, Frühling! Ah, Frühlingsgefühle. Das ist schon sehr hart. Hoffentlich kommen sie noch dahin nach Colorado. Colorado, oder wo sollten sie hin? Alle! Hast du mich gehört? Nein! Was? Da! Krankenhaus! Ah, Salt Lake City! Cool! Ah, lass mal gucken, wohin kommen hier. Spürst du die Brise? Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bring ich dir Gitarre spielen. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? No. Weckieb uns. Alles einsam. Guck mal, können wir irgendwas verbessern? Ich glaub, so viel hab ich gar nicht so verbessern. Gucken. Maximale Gesundheit können wir erhöhen. Den Laut haben wir schon. Fertigungszeit. Heiltempo. Schwanken der Waffe. Messermeister. Das ist natürlich geil. Ich würde natürlich gern so cool, wenn man sich aus dem... Wenn man sich befreien kann aus dem Klickergriff, ist natürlich noch besser. Na, warten wir mal ab. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Ach, egal. Es war ein blöder Traum. Ich hätte jetzt nicht, wenn die darüber reden können, aber das wollte ich anscheinend nicht. Ich bin der König der Welt. Ich kann nicht überall rein, leider. Wie schade. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Guck. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Dann hoffen wir, dass die Fireflies mal da sind. Und dann laufen wir uns die Füße rund hier. So. Vielleicht geht es hier durch, ha? Vielleicht. Weil liegt da hinten die Sachen nicht einsammeln kann. Ähm. So. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ja, komm her. Ich lasse dich hoch. Und auf geht's. Alli? 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 Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Sie hat nicht wirklich Bock, wie man merkt, ne? Mal noch mal. Komm her. Die Leiter. Jetzt wollte sie noch ein bisschen die Aussicht genießen oder so. Oh, mein Gott. Was ist los? Alli? Alli? Danke. Wow. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Hä? Habt ihr den ja gesehen? Was zur Hölle? Soll das ein Scherz sein? Was sieht sie denn da? Komm, Vereilung! Ach, Giraffen! Ach, Giraffen! Siehst du das? Pstst, du kannst leise! Schon gut, schon gut! Was machst du? Es ist okay. Komm her, komm her! Hey, du! Na los, komm her! Na schon! Na los, na los, na los, na los! Oh, das sind einige, wa? Wow. Sieh dir das an. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Stimmt. Erstmal weiter. Komm. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt in Zanz übrig? Zurück gehen zu Tommi und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Hm. Hm. Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht lohntig. Bringen wir es hinter uns. Ich laufe hier einfach mal hinterher. Hier gibt es ein kleiner Panzer. Hm. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Liegen ein paar Sachen. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es... Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Noch ein paar Sachen rum. Ups. Jetzt haben wir langsam, glaube ich, genug Punkt drauf. Wenn wir auf jeden Fall schon mal den Messer Meister machen. Das finde ich ganz gut. Okay. Gut. Nichts mehr. Wo soll man längs? Ich glaube, hier hinten, ne? Da ist nix. Hey, Joel. Ich hab was für dich. Was denn? Maria hat's mir gezeigt. Und ich, äh... Ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ich hab's mir geholfen. Oh. Danke. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Okay. Die kommen wahrscheinlich nicht durch. Und noch rumgehen. Ja, na klar. Da fahren wir noch. Flammenwerfer haben wir auch noch. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Hm. Scheiße. Okay, das ist wirklich scheiße. Was ist da vorbeischleichen irgendwie? Oder vielleicht mal brennen sie alle. Was ist da vorbeisch? 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 Oh, ja, da. Ja, Fram. Oh nein, 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 nein! Shit, 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 shit! Ich dachte, ich könnte alle mit unseren Bomben und Granaten erledigen, aber das war wohl nix! Ach, Scheiße! Ah! Ah! Oh, das ist alles. Ah! 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 doch gar nicht so auch daneben schießen natürlich blöde was konnte ich was hier gebrauchen leben werden wir schon nicht finden krass die waffe ist anscheinend noch immer am besten also am besten nicht aber da kann man überhaupt nicht was mit machen tauschen wir nicht damit wir sind hier noch einige klicker ok ja 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 Oh, okay, Ellie. Ein bisschen Munition verballert hier. Oh, was ist das? Noch so einige hier. Einige. Kann ich mir die Pfeile noch einsammeln? Hier wahrscheinlich nicht, ne? Die sind weg, ne? Ich glaube, hier noch irgendwo einer rumläuft. Wir werden es rausfinden. Bleib hier. Ob das sind viele? Okay. Und nach wann? Und die, glaube ich, holen wir mal hier mit an. Genau. Ah. Na, blödes Viech. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ganz so viele, ne? Die muss man eher, oder dran vorbeischleichen. Wir schleichen, glaube ich, eher dran vorbei. Ah, ärgerlich. Oh, scheiße. Sei leise. Oh, scheiße. Ja! Ha ha ha! Ja! Ja! Ich bin ein. Lauf, lauf! Lauf! Lass mich! Lass mich los, du Arscher! 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 Lass mich los! 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 Okay! Jaaa, das rass! Lass mich los! 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 Okay, sagt sie doch. Okay. Ja, das war's. Ja, das ist dumm. Ich glaube, man muss sich eher dran vorbeischleichen. Ich glaube, das mit dem Kämpfen sollten wir unterlassen. Oh, scheiße. Sei leise. Das sind ja unglaublich viele. Guck mal, hier sind ja schon 1, 2, 3, 4. Naja, 1, 2, 3 sind da. Oh, scheiße. Okay. Oh. Oh. Ah! Ja, die haben wir schon mal weg. Okay, die ersten haben wir weggenatzt. Aber... wird schwierig, glaube ich. Wollen wir mal nachladen? Wird die eine Waffe auch kurz mal nachladen? Also, das brauche ich eigentlich gar nicht. Hier haben wir ja genug. Hier ist nachgeladen. Hier ist... Hier ist auch nicht... und hier ist nicht nachgeladen. Hier können wir mal nachladen. Gut. Dann gucken wir, ob wir noch irgendwas bauen können für die, dass wir die umbringen können. Ähm, vielleicht noch... Ja, so ein Feuerding ist immer gut, ne? So. Also, die sind alle gut gekillt worden. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, dass wir die anderen auch noch irgendwie umbringen können, ohne... Was wird denn jetzt irgendwie? Das ist die doppelläufige Schruppe. Die nehmen wir doch mal mit. Sind die alle hin jetzt? Bleib hier. 1, 2, 3, 4 sind das. Ehrlich, er sagt, du sollst hier bleiben und du sollst dich nicht davor stellen, ey. Und so... Kinder hören auch gar nicht, ne? Oh. Oh. Oh, der brennt ja noch da. Oh, der brennt ja noch da. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und wir haben die alle so gekillt vorher am Anfang. Müssen wir die ganze Scheiß normal machen, glaube ich. Die hinteren da vier auch noch mal killen, das finde ich so nervig so ein bisschen. Oh, scheiße! Sei leise! ... Wir brauchen eine Scheiße! Das war so lecker. Scheiße, ich sitze hier auch ein bisschen drauf. Das war so lecker. Das sind doch schon viele. Einfach weitermachen Sache. Okay, wir haben ein bisschen Munition gefunden, oder beziehungsweise etwas, woraus wir... Ja, alles gut. Hier noch ein Auto. Wir haben schon Munition. Ein Ding, wir haben sich da. Es ist sehr dunkel hier, oder? Wir haben jetzt hier einfach extrem nervig im Weg sind. Bei der Munition fallen gelassen ist schon mal gut. Also wir können vielleicht auch an denen einfach vorbeischleichen. Das fällt gerade auf. Glück haben, oder? Oder ist es hier nur so... Ne, es ist wahrscheinlich nur so ein Raum, wo man... Ach, so ein bisschen... Ja, kann man nur so ein bisschen Nachschub holen, um Sachen zu bauen. Naja, ist ja immerhin gut für uns. Gucken wir, was wir so bauen können. Das bauen wir nicht, das bauen wir nicht. So eine Nagelbombe vielleicht nochmal. Warum nicht? Rauchbombe, betäubt man auch ein paar Gegner in einen kleinen Gruppen... Ach, ist der Rauchbombe denn irgendwie so für den Arsch, finde ich. Bleib hier. Hier liegen auch noch was. Das sind Flaschen, okay. Jetzt müssen wir die echt so ein bisschen hin und her locken. Okay. Wir sind alle auf einem Fleck, dann lass mal versuchen. Lauf! Komm, Ellie! Lauf! Komm, Ellie! Komm, hier rein, Ellie! Komm, hier rein, Ellie! trabalho! Oh... Super Lufound! Oh! Oh. Bye! Oh! 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 ан Ich verbrenne jetzt komplett. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Okay. Natürlich ganz schön viel Dings jetzt gewesen, aber... Ja, das hoffe ich auch. Das war ein Scheißjob. Ja, aber krass, ne? Wie man da tauschen machen. Die Machete. Krass, krass, krass. Noch immer wieder voll in Action dabei, um das wieder runter zu machen. Aber wie man sieht, hat es geklappt. So, lass mal hier zur Hieb irgendwie längst. Mach mal. Na los. Wenn die jetzt kaputt geht, einfach, oder? Komm, geh hier runter. Noch nicht schwimmen, was ist? Gehen wir hier an der Seite längst. Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn's vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Da war irgendwas, aber noch gar nichts. Da kommt man sich aber hoch. Nee, da ist eine Leiter. Kann ich da durchführen? Ich bin jetzt drüben. Cool. Dann lass mir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Drüben hinstellen? Ja, wahrscheinlich, ne? So, dann kannst du da hoch. Äh, nein. Da runter, okay. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Okay. Okay. Das ist der Comic, den sie immer liest. Oh mein. Ja, wir sollen was finden, wie du da rüberkommst, Mädel. Plus wie, plus was, plus wo. Oh. Da soll ich da sein, was ist hier? Ah, hier noch nicht. Ach, du konntest ja runtergehen. Ach, das war nicht so tief, okay. Ich hab gedacht, das war tiefer. Das war's gar nicht. Und noch eine versperrte Tür. Ja. Aber ich denke, hier können wir auch eine kleine Pause machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und noch ein paar Tage. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.